Patagonien liegt im Süden Argentiniens und verfügt über hervorragende Bedingungen für den Qualitätsweinbau, wie der Roble Malbeck aus der Postales-Linie zeigt. Ein verführerischer Wein mit üppiger Frucht und Würze. Dazu hat er feine Holzaromen, ist vollmundig, sehr weich und saftig. Seine würzige Frucht umspielt den Gaumen auf besonders elegante Art und Weise.